Bei der Ruine Wartenfels handelte es sich in Flachgau und wie überhaupt im Bundesland Salzburg um eine der stattlichsten und weithin sichtbarsten Wehrburgen. Schon allein begünstigt durch die natürliche Lage auf einem Felsvorsprung stehend, hatte sie die Aufgabe einer reinen Wehrburg, das heißt auch, dass sie vom Komfort und der Innenausstattung eher bescheiden eingerichtet war. Die Burg wurde 1259 von Konrad von Kalham errichtet und hatte die Funktion, hier für den Fürsterzbischof eine Außenstelle in Kriegsbereichen usw. zu dienen. In den Bauernkriegen wurde die Burg zerstört und wurde dann, nachdem die letzten Pfleger in die Gemeinde herunter in das Gericht gezogen sind, den völligen Verfall preisgegeben. 1901 bemühte sich der damalige Tagauer Zinuxy-Fabrikant Nikolaus Gärtner, diesen Verfall zu stoppen, indem er hinderte, dass die Talbauäcker Bauern die übrig gebliebenen Steine der Feste für den Bau von neuen Bauernhäusern verwendeten. In den 80er Jahren hat sich dann die Marktgemeinde Talbau mit den übrigen Anrainergemeinden Mons und St. Lorenz bemüht, die Ruine in einem besseren Bauzustand zu erhalten, wobei nur Teile der damaligen Anlage wieder erneuert wurden. Heute ist die Ruine ein beliebtes Ausflugsziel und bietet einen weithin prächtigen Überblick über die ganze Seenlandschaft bis in den Kindlau hinaus.